Nach Reich halte ich ein Frühstücksbuffet. Knapp von der Pappmasch. So sieht man, wenn die Ruten auf ist. Rostgipfel, Funkwitz, Hauptgipfel, Pizpilasse, die Peralista-Rasse, Richtung Marina, hier ist die Beine für Rosenhit. So ist es möglich. Super Sonnenaufgang, heute kann es los. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Kurz vor dem Sattel nach dem Ostgipfel, das ist ein Späustel, Petra und Christel, wenn man kurz stecken kann, dass es so windig ist, im Moment geht es eh gut. So, wir sind auf den Ostgipfel, wir sind gerade auf 3,8. Es pfeift ziemlich, wir sind recht, wenn wir da nicht. Aber wir haben den Gipfel. Ein Tag wie im Billenbuch, da können wir ja sehen, gestern mit dem Bett kam. Da wurde Sorge mal verzichtet, die heiße Gefahr. Das war's. 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 Ja. Und das war's. Hier in da hinten. Ja. Und auch hier schlafen. Eine weiteres. Das Federle und die Küste. Einbruch. Federle, schau jetzt. Ein netter Hüttenzustück ist das, gell? Ja, ganz gehörig. Noch ein bisschen ein Bruch. Ja, da geht der Normalweg. Aber ja, nicht schlecht. Herr Schlecht. Die Luft spürt schon. Das ist ja. 72, 82. Jetzt hab ich da noch ein Frästchen. Da geht's jetzt weiter. Da sind 5 Grad. Da gibt's gerade die Spurme. Ich blöcke gerade und da ist ein Rüpfel. Schön, gell? Ja, ich wollte dich. 4 Meter noch. Wir sind gerade im Aufstieg zum Las Palas. Hier da sind 20. Den steilen Führen haben wir die anderen gegeben. Wir haben uns gespart, wir sind im Fels geblieben. Wir sind es einfach nicht gewöhnt, das steile Führen. Einmal so faul sein mit Hochtun gehen. Flöten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020